Für den nächsten Bullrun, den wir alle bei Krypto erwarten und erhoffen, die richtigen Coins rauszusuchen, ist sicherlich nicht ganz so einfach. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn man auch mal ein paar dabei hat, wo man sagen kann, das ist so fast eine sichere Nummer, soweit man das in Krypto sagen kann. Und genau so einen Coin will ich euch heute vorstellen. Einer, der sehr, sehr starke Fundamentals hat und sicherlich auch wieder zurückkommen wird. Willkommen hier bei Hallo Krypto und ihr seht es schon anhand des Logos links und wir sprechen von Chainlink. Chainlink ist kein unbekannter Coin, einer der größeren Altcoins in der Top 25 aller Coins und trotzdem für uns einer der Coins, die im nächsten Bullrun richtig gut abschneiden können. Wahrscheinlich nicht die Oberrakete, also wenn ihr jetzt ein 20, 30 Xer erwartet, das wird der wohl nicht sein. Aber dafür ein Coin, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine gute Entwicklung nehmen wird. Was gut bedeutet, können wir später am Chart besprechen. Dann ist das genau das richtige Video für euch, weil ich werde euch zeigen, in welchem Segment Chainlink so stark ist, wie extrem das Wachstum in diesem Bereich ist und wie gut Chainlink da aufgehoben ist. Mit allen Daten und Fakten bis hin zum Chart und zu den Tokonomics und ein kleiner Bonus am Ende noch zu Chainlink in diesem Video. Und jetzt steigen wir ein. Was macht Chainlink eigentlich? Es ist ein Oracle. Und Oracles sind im Krypto nicht wegzudenken, weil sie nämlich eine ganz wichtige Funktion erfüllen. Und Oracles gibt es in mehreren Ausführungen. Also Chainlink ist nicht der Einzige, der ein Oracle anbietet, aber er ist ein bisschen der Platzhirsch. Und man kann sagen, wenn man im anderen Bereich Adidas und Nike zusammenschmeißen würde, ungefähr so stark wie bei den Zusammenwehren im Sportmarkt ist Chainlink im Krypto, was Oracles angeht. So und jetzt dazu, was machen eigentlich Oracles? Oracles sorgen dafür, dass die Welt im Web da draußen mit der Welt in den Blockchains kommunizieren kann. Ja, wie hier in dieser Beispielgrafik steht mit Bitcoin, mit Ethereum oder Tessos hier in dem Fall oder sämtliche anderen Blockchains auch. Weil Blockchain-Daten, also welche Blocks wurden verifiziert, welche Transaktionen wurden gemacht, können kommunizieren mit der Welt da draußen über ein Oracle. Und gleichzeitig können eben Blockchains Daten von draußen nutzen. Draußen kann heißen, Daten, die im Web verfügbar sind, wie zum Beispiel Wetterdaten, wie Temperatur oder Zeitangaben, Koordinaten natürlich oder alle anderen möglichen Dinge, die man irgendwo in Daten abbilden kann. Selbstverständlich auch, das ist das reine Zeitdatum-Geschichte. Also, wir haben alle möglichen Daten, die wir innerhalb der Blockchain brauchen können und alle möglichen Blockchain-Daten, die außerhalb der Welt der Blockchain interessant sind. Wenn man das zusammenführt, hat ein Oracle seinen Job gemacht und Chainlink ist da der Platzhirsch und nennt deshalb auf seiner Webseite so schön Connecting the Wall to Blockchains. Ganz einfach, das machen sie. Nur, es ist interessant, ein bisschen genauer reinzugucken und dann wird auch klar, warum das so ein extremes Potenzial hat für die Zukunft, wenn wir mal gucken, was die eigentlich genau anbieten. Hier sind mal deren Produkte, nennen sie es. Und ich möchte mal drei davon hervorheben. Das erste ganz oben, Market Data und Feeds. Das ist natürlich besonders wichtig. Da habe ich gerade drüber gesprochen, weil wir wissen ja auch im Bereich Kryptos, ganz viel sind Märkte, sind NFT-Projekte, zum Beispiel NFT-Märkte oder DeFi-Märkte, also Decentralized Finance. Das alles ist natürlich hochspannend und braucht unheimlich oft und viel Oracles. Dann haben wir aber auch hier noch zwei andere Use Cases, die interessant sind und da haben wir eben die Verifizierung und auch die entsprechende Unterstützung von Blockchain-Gaming und NFT-Projekten durch Oracles. Das habe ich eben auch schon zum Teil gesagt. Es ist etwas, was aber wachsen und zunehmen wird und da braucht es auch viel, viel mehr entsprechend Oracle-Einsatz. Und der letzte Punkt, ganz spannend, spätestens seit FTX wissen wir Proof of Reserves. Das heißt, wie kann sichergestellt werden, dass Reserven auf der Blockchain und auch außerhalb der Blockchain wirklich vorhanden sind, dass sie immer möglichst in Echtzeit darstellbar, abrufbar sind, dass wir zum Beispiel Crypto-Exchanges vertrauen können. Solche Dinge sind von hoher Wichtigkeit und der gesamte Finanzmarkt natürlich, das ist das dominante Thema. Das ganze Thema Finanzen wird einen riesen Schub erleben und das zahlt voll auf das Oracle-Thema und damit voll auf den Use Case von Chaining ein, weil, wie gesagt, stellt euch nochmal vor, sie sind so stark wie Adidas und Nike zusammen im Sportmarkt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. So ein Platzhirsch sind die. Was passiert? Chaining sagte auf einer entsprechenden Messe diesem Jahr, Was meint das? Es sagt, dass alle möglichen Dinge, Assets außerhalb der Blockchain, auf die Blockchain gebracht werden, damit sie besser transparenter sind, damit sie leichter handelbar sind oder auch infraktioniert handelbar sind. Denkt an Immobilien. Ja, ihr wollt vielleicht nicht euer Haus verkaufen, sondern nur den Apfelbaum im Garten. Dann könnt ihr den tokenisieren und jemanden verkaufen. So wäre ein Beispiel. Und wenn ich das sage, ist das relativ egal, aber das hier ist Boston Consulting, BCG, Boston Consulting Group, eine der größten Unternehmensberatungen der Welt. Die sehen für diesen ganzen Tokenisierungsmarkt im Finanzbereich ein Wachstum von bis zu 70x bis ins Jahr 2030 voraus. Und Chainlink selber hat im Paper rausgegeben, das seht ihr hier rechts oben nochmal, why on-chain finance is inevitable, also ist unvermeidbar. Unvermeidbar. On-chain finance, das wird kommen. Auch Larry Fink zum Beispiel von BlackRock hat das gesagt. Also das ist ein Prozess, der ist schon angestoßen und der wird zunehmen und profitieren wird massiv Chainlink. Zwischendrin, wenn euch das bisher gefällt, dann gebt uns mal ein Like für das Video oder schreibt uns auch in die Kommentare, wie ihr über Chainlink denkt, weil das ist natürlich interessant zu hören, welches Potenzial ihr dem Coin zutraut oder ob ihr dem vielleicht auch gar kein Potenzial zutraut. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, und da sind wir nun auf dem angekündigten Chart, wir sind auf den Informationen rund um Chainlink. Ihr seht, der hat beim aktuellen Moment, wo wir dieses Video aufnehmen, 5,68 Euro. Das, wie gesagt, ist aber nur nebensächlich, weil uns geht es hier nicht darum, ein paar kleine Tics mitzunehmen, sondern wir wollen ja gucken, wo kann der prinzipiell wieder hingehen. Und wir sehen, direkt hier über meinem Einspieler-Fenster zu sehen, ist der All-Time-High-Kurs von 43 und 32 aus dem Mai 21. Das ist schon eine Weile her und ihr seht ja auch seither der Chart, dann ging es runter, das war der zweite Anlauf im Bullrun im letzten und dann ging es runter. Eigentlich hier ab Mitte 22 hat sich nichts mehr getan. Selbst der FTX-Crash, das sieht man hier kaum, das ist hier ein ganz kleiner Knick nur. Wie gesagt, nicht weiter von Interesse, weil das Spannende ist, dieser Coin hat so seinen Boden gefunden und wir haben jetzt so eine Akkumulationsphase. Man kann den also jetzt mit einem extrem guten Chance-Risiko-Verhältnis kriegen, weil natürlich nach unten nicht mehr so viel Luft ist und der hat jetzt schon sehr, sehr lange in einer Range geschwankt, so zwischen 5 und 7 Euro ungefähr. Da passiert also aktuell nicht viel. Das mag langweilig klingen, aber das ist gut so, weil wenn er jetzt noch immer schwächer werden würde, das heißt, der zuckt manchmal nach unten und dann kommt er aber auch wieder hoch innerhalb dieser Range, dieser Seitwärts-Range. Das ist ein relativ stabiles Konstrukt, aber uns geht es ja auch nicht darum, wie gesagt, um einen kleinen Trade, sondern das ist, wenn ihr das machen wollt, ein Investment für den nächsten Bullrun, weil dann dürfte der in Verbindung mit dem Use-Case, diesem mächtigen Use-Case auf jeden Fall wieder Schwung kriegen. Aber, wie habe ich eingangs gesagt, es ist mit Sicherheit auch nicht der große Überflieger, weil Chaining-Oracles sind einfach da, die gibt es schon, die werden immer größer und immer mehr gebraucht, aber sie haben kein krasses Narrativ. Also es ist nicht so wie die AI-Coins jetzt vor gar nicht so langer Zeit. Das ist so ein Thema, da wird jetzt nicht massiv drüber berichtet, da springen nicht alle wie wild drauf. Das heißt wahrscheinlich, ich würde mal vorsichtig sein, sieht er sein All-Time-High gar nicht wieder. Aber, wenn man jetzt zwischen 5 und 6 Euro dabei ist und er geht auf 15 bis 20 Euro, dann ist es ein 3- oder ein 4-Xer unter Umständen. Und das ehrlich gesagt ist eine feine Sache. Achtung, keine Finanzberatung, wie immer, ganz wichtig. Und so ein relativ großer Coin hat natürlich auch nur bedingt Chance zu steigen. Trotzdem fände ich das sehr gut und angesichts dieses extrem guten, spannenden Setups, ist das halt eine Sache, die ich auch wirklich interessant finde. Aber keine Finanzberatung macht euren eigenen Research. Und jetzt kommen wir zum Bonus, was man nämlich mit Chaining auch noch machen kann, während man den hat und während man sozusagen auf den Bullrun wartet. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, denn das bietet er in einer Form, die ich ganz, ganz spannend finde. Schaut mal her. Ja, kein langes Geheimnis draus machen. Chaining kann man staken und das hier bei der Plattform Staking Rewards einfach mal reingeschmissen, mit hypothetischen 5.000 Dollar gemacht. Seht ihr hier? Das wären ungefähr so 4.600, 4.700 Euro. Und beim aktuellen Kurs würde er diese knapp 19,50 Dollar abwerfen über Staking Rewards. Das entspricht etwa 17,70 Euro. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, möglicherweise geht der Kurs auf 11 Euro ungefähr, hat sich also ungefähr verdoppelt, dann hätten wir hier auch die Angabe Verdoppelung und dann haben wir es hier mal hochgerechnet, dann wären die Staking Rewards hier schon ganz charmante 38,99 Dollar wert oder so ungefähr 36 Euro. Das ist sicherlich ein schöner Bonus, staked also mit rund 4,75 Prozent. Das ist ganz ordentlich, aber ich würde ihn niemals nur wegen Staking Rewards kaufen. Das wäre ein Add-on, weil es kann ja sein, dass man den mal ein, zwei Jahre halten möchte, um dann wirklich den richtigen Zeitpunkt im Bullrun abzupassen, wo man ihn dann mit einer schönen Steigerung rausnehmen kann. So, als Zusammenfassung, geiler Use Case, fett im Business, nicht wegzudenken, aber kein Riesennarrativ, kein Überflieger, deshalb ein eher konservativerer Coin für den nächsten Bullrun aus unserer Sicht. Macht euren eigenen Research, macht selber was draus und ich kann nur sagen, schön, dass ihr dabei wart, gebt dem Video ein Like und abonniert unseren Kanal und ja, wenn ihr Ideen habt zum Thema Chaining, schreibt es in die Kommentare, freuen wir uns drüber. Also, trade it safe und bleibt der Blockchain toll. Also, recorded mit blood undemOlive im Business Also, glaube ich noch mal.